Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge World of 10th Blitz. Nun geht es weiter. Mal sehen, was wir jetzt machen. Natürlich forschen. Nehmen Sie ein Gefecht teil, um die notwendige Erfahrung zu halten. Okay. So, mal sehen. Ich sehe alle gegnerischen Verfahren zu stimmen oder Basis oder? Ja, mal sehen. Oahsa. Oh. Du bist das Leute. Ents Prince. Sie sind fertig. Er ist abgeprallt. Er ging voll durch Ihre Prinze rum. So, mal sehen. Er ging nicht durch. Praller, er ging nicht durch. Na, okay. Okay. Na. In der Maschine. Okay. Oh, das habe ich gewonnen. Na, so gut. Na, okay. Okay. Ähm. Eine neue Geschütz wird ohne Munition geliefert. Okay. Füllen Sie die Munition mit Granaden für das neue Geschütz. So, okay. So. So. Natürlich. Zack. Okay. Oh, ne. Eigentlich ging nur ein Fahrzeug zerstört oder fahrt es einfach mal. Also allen lief das gleich wieder. Und auch alle kann allesugs kommen. Ist das letztendlich flexibel? Na, wie es passiert. Vielen Dank. Das Manyakます. Damit Locik. Schussleiner und die sind fertig. Er ging voll durch ihre Transferung. Wieder ein Anschuss für uns. Wieder gewonnen. Sehr gut. Das ist gut, ja. Sehr gut. Noch eins. Okay. Kein Problem. No. Auf geht's. Das ist gut. 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 Das ist gut.